so moment tür muss schon zu sein kopfhörer auf moment handy schon wieder was moment was schreibt ihr für ein shit ich melde mich später in youtube stress so fertig zocken oh zwischendurch kind lass es nein ich hab nur das bitte sehr wir sehen uns oben danke für die hilfe nec bitte alles kaputt machen und die sau hat mir schon wieder geschrieben ich glaube nicht klar bau keine scheiße logisch ich baue keine scheiße ich bin professioneller spieler ja 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 Zack Schade Wollte ich noch nehmen Natürlich Komm den krieg ich noch Jawoll Die Panzer habe ich nicht gemacht Aber der hier gehört nur mir Hätte ich nie gedacht Hoffentlich ist er stabiler als er aussieht Sonst wird das ein kurzer Kampf Mach dich auf dein Ende gefasst Ha ha Hoa Komm her Wenn du dich traust Der Sieg ist mein Boah Mach dich auf dein Ende gefasst Du bist groß Aber schwach So schwach bin ich wohl doch nicht War Du glaubst du gewinnst Ja Alter Nimm das Weiche dem aus Digga Der war gewaltig daneben Ist das alles was du kannst Du solltest fliehen Du solltest fliehen Ha 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 Level over 9000 Gut das hat nicht ganz geklappt Gut das hat nicht ganz geklappt Deine Mama Boah Zack Zack Du glaubst, du gewinntst? Ja. Du solltest blieben. Okay, Doppelsprung. So, jetzt sind wir da, wo wir schon mal waren. Ist das alles, was du kannst? Ich meine, ich kann jetzt zu ihm, aber das würde mir nichts bringen. Nimm das! Huah! Gemein. Ah! So sieht er. Nimm das! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Was war denn da eben noch? Mach dich auf dein Ende gefasst. Ich glaube, jetzt sind wir so groß wie möglich. Größer kann der, glaube ich nicht. Komm näher, wenn du dich traust. Nimm das! Nimm das! Zack! Du glaubst, du gewinnst? Wohl kaum! Weiche dem aus! Nein, ich will dich lieber schlagen. Ah! So Bossfights, ich hasse Bossfights, habe ich da schon gesagt? Das alles, was du kannst! Genau, wirf mal eine Bombe her. Ich bin mir zu weit vorne. Huah! Du solltest fliehen! Du solltest fliehen! Huah! 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 Ähm... Wie lange soll das jetzt noch so gehen? Du solltest fliehen! Huah! 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 Nehm das! Nimm das! Checkpoint. Nochmal. Du willst Macht? Huh? Ich zahl dir meine Macht! Huah! Huah! Boah, Bossfight. Ich hasse es. Ich hatte es schon bei Crysis. Genau dasselbe Problem. Diese elendischen Drittskisten. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Mach dich auf dein Ende gefasst. Gut, dann komme ich halt zu dir. Boah. Allzu oft schon. Du solltest fliehen. Na komm. Ist das alles, was du kannst? Nimm das! So. And the last one. Hoffentlich. Du willst Macht? Ich zahl dir meine Macht. Nimm das! Nimm das! Zeit. Es. Zu beenden! Das ist besser. Na bitte. Es herrscht Frieden. Beschäftigen wir uns wieder mit wichtigen Dingen. Frieden. Frieden. Wessen Frieden? Ihr habt uns aus unseren Städten gejagt. Raus in die Wildnis. Sollten wir denn einfach auf ewig dort bleiben? Tö. Typisch Kobold lässt Vergangenes nie ruhen. Vergessen wir mal, wer zuerst welche Stadt angegriffen hat. Also. Wo sind diese Waffen hergekommen? Gandahar hat die Waffen gebaut. Und wo finden wir diesen Gandahar? Verrate ich nicht. Er ist schon schlimm. Aber Gandahar ist schlimmer. Ryder. Eine Idee? Wie ich Kobolde kenne. Und das tue ich. Wird ihm die Enge da drin nicht gut bekommen. Lassen wir ihn schmoren. Und schon bald wird er wie ein kleines Vögelchen singen. Was zum... Victor! Besuchen Sie mich doch mal zu Hause, Doktor. Wir sehen uns. Und das machen wir in der nächsten Folge.